Meine lieben Mitarbeiterinnen, meine lieben Mitarbeiter, ein erneut schwieriges Jahr neigt sich dem Ende zu und so möchte ich Ihnen auch im Namen meiner Familie auf diesem Wege ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen und für das Jahr 2022 vor allem beste Gesundheit. Ich darf mich für die gute Zusammenarbeit auch im zweiten Corona-Jahr ganz besonders herzlich bedanken. Ich weiß, wie schwierig es war und mit wie vielen Problemen sie wegen Corona konfrontiert wurden. Deshalb habe ich veranlasst, dass wir die tarifliche Lohnerhöhung von 1,3 Prozent bereits ab Januar 2022 bezahlen werden. Meine Familie und ich möchten uns bedanken für das, was sie alles auf sich nehmen mussten in diesem erneut schwierigen Jahr. Wir wissen noch nicht, welche weiteren Maßnahmen die Regierung für den Weihnachtsurlaub beschließen wird. Ich bitte Sie jedoch, sich an die Vorgaben der Regierung zu halten, denn nur durch die Verantwortung eines jeden Einzelnen können wir diese Pandemie hoffentlich bald hinter uns bringen. Deshalb bitte ich um Verständnis, wenn wir auch in diesem Jahr in Anbetracht von Corona die Jubilarehrungen unserer 40- und 25-Jährigen und die Verabschiedungen in den Ruhestand nicht wie üblich in den einzelnen Werken vornehmen können. Unseren 40- und 25-Jährigen Jubilaren wird die Urkunde zugesandt sowie das Geldgeschenk mit der Dezember-Abrechnung ausbezahlt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Ruhestand verabschiedet werden, erhalten einen Brief und ein kleines Präsent per Post. Dank ihrer fleißigen Mitarbeit konnten wir alle Probleme in diesem ganz besonders schwierigen Jahr wie gewohnt lösen und können mit Stolz auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Für das neue Jahr verspreche ich Ihnen auch weiterhin alles zu tun, um unsere Arbeitsplätze garantieren zu können und ich bin sicher, dass wenn jeder Einzelne die Verantwortung für sich selber übernimmt, dass wir das Jahr 2022 wie auch die vergangenen Jahre und Jahrzehnte erfolgreich meistern werden. So wünsche ich Ihnen nun auch im Namen meiner Familie ein besinnliches Weihnachtsfest, viel Freude im Kreise Ihrer Familie und vor allem ein gesundes Jahr 2022. Weihnachtsfest, viel Freude im Kreise 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 im Untertitelung des ZDF, 2020